Moin Leute! Auf meiner Fensterbank gab es Zuwachs. Ich hatte die Beine schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ein Fragmipedium und eine Mastevalie. Zwei sehr schöne Orchideen, wie ich finde. Die Mastevalie wollen wir heute zusammen umtopfen. Eins vorneweg, das Umtopfen an sich ist recht simpel. Es kommt eher auf das richtige Substrat an. Mastevalien werden meist in recht kleinen Töpfen angeboten. Die hier ist keine Ausnahme. Das mag die Pflanze auch. Bei einem zu großen Topf wächst sie nicht richtig und wir haben das Problem, dass wir den Wasserhaushalt der Pflanze nur schwer regulieren können. Denn die Mastevalie steht voll auf Beständigkeit. Ein häufiger Wechsel zwischen nass und trocken mag sie so gar nicht. Wenn wir den Topf zu groß wählen, dann steht sie nach dem Gießen eine Zeit lang viel zu nass und danach wiederum viel zu trocken. Mit einem etwas kleineren Topf können wir das viel besser regulieren, heißt aber auch häufiger gießen. Das Substrat der Mastevalie soll also nie komplett austrocknen, aber auch nicht nass sein. Das braucht tatsächlich ein wenig Erfahrung. Ich würde vorschlagen, dass wir für dieses Exemplar von einem 5 cm Topf auf einen 9 cm Topf wechseln. Der muss übrigens nicht zwingend durchsichtig sein. Ich hatte jetzt nur diesen. Wichtig, wenn wir die Töpfe wiederverwenden, dann sollten wir sie unbedingt vorher auswaschen. Zum Substrat. Wir verwenden natürlich Orchideensubstrat. Wir sollten allerdings darauf achten, dass kein Torf drin ist. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für unsere Pflanze. Denn Torf speichert hier zu viel und vor allem zu lange die Feuchtigkeit. Bei Kokosfasern oder Spelzen, das sind die gröberen Bestandteile der Kokosnuss, ist es ähnlich wie beim Torf. Auch nicht optimal, aber schon besser. Und in Kombination mit Perlite, das ist ein offenporiges Vulkangestein, kann das als Substrat durchaus verwendet werden. Bims ist ähnlich gut geeignet. Sie speichern die richtige Menge an Feuchtigkeit und behalten gleichzeitig ihre Struktur. Zwei sehr wichtige Eigenschaften. Es reichen aber auch zwei Inhaltsstoffe. Pinienrinde und Spagnummoos. Es kann recht schwierig sein, das richtige Substrat zu finden. Schaut im Handel und online nach und vergleicht auf jeden Fall die Inhaltsstoffe. Das steht immer auf der Rückseite der Säcke. Das Substrat sollte eine sehr lockere Struktur haben, trotzdem genug Wasser halten, ohne allerdings zu einem einzigen Matscheball zusammenzufallen. Wir suchen also nicht mehr oder nicht weniger die eierlegende Wollmilchsau. Ich plane übrigens ein Video zu den verschiedenen Substraten und Zuschlagstoffen. Abonniert also gerne schon mal den Kanal, um dieses Video nicht zu verpassen. Wenn wir das Substrat ausgewählt haben und es so grob mit 3p ist wie dieses, dann können wir uns doch mit ein bisschen zusätzlichem Spagnummoos modifizieren. Das Moos hat den Vorteil, nachwachsend, sehr strukturstabil, Feuchtigkeit speichern zu sein und zeitgleich für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Wir mischen also ein bisschen zusätzliches Moos unter das Substrat. Das bekommt ihr übrigens in großen Pflanzenzentern oder auch in Zoohandlungen mit einer Reptilienabteilung. Das Umtopfen an sich ist simpel. Wir nehmen die Pflanze vorsichtig aus ihrem Topf und machen das ganze alte Substrat und Moos ab. Wir sollten hier auf die Wurzeln aufpassen, die sind nämlich relativ empfindlich. Die Mastevalie ist übrigens in Mexiko und Brasilien beheimatet und wächst meistens in Höhen lang über 2000 Meter. Daher verträgt sie auch Temperaturen von bis zu 4 Grad Celsius, aber nicht allzu lange. Eine Tag-Nacht-Absenkung der Temperatur begünstigt bei der Pflanze das Ansetzen von Blüten. Wir können die Pflanze daher auch auf den geschützten Balkon stellen, allerdings ohne direkte Sonne. Wenn alles alte Substrat ab ist, dann können wir die Pflanze mittig in den neuen Topf einsetzen und mit dem Substrat ringsherum auffüllen. Wir können jetzt auch noch ein bisschen zusätzliches Spagnummoos in den Topf tun, um den Ballen etwas mehr Feuchtigkeit zu geben. So, schön mittig in den Topf, da die Pflanze breitbuschig wächst. Wir sollten sie jetzt auch nicht höher als die Blattansatzstelle eintopfen. Ganz leicht andrücken und schon fertig. Wir können die Pflanze jetzt angießen und entweder vors Fenster oder auch geschützt auf den Balkon stellen. Wie gesagt, die Wassergaben sollten wir jetzt immer im Auge behalten und dann gießen, sobald das Substrat anfängt, trockener zu werden. Es sollte aber niemals komplett austrocknen. Versucht, eure Mastewalie ganz leicht feucht zu halten. Das braucht ein bisschen Erfahrung. Während der Wachstumsphase sollten wir die Mastewalie natürlich auch düngen. Ich habe gute Erfahrungen mit einem EC-Wert von nicht mehr als 500 bis maximal 800 Mikrosiemens gemacht. Wenn es nur Leitungswasser gibt, dann sollten wir häufiger mit klarem Wasser durchspülen, um die Ballastsalze auszuwaschen. Wenn ihr kein EC-Meter habt, dann nehmt entweder die Hälfte oder sogar nur ein Viertel der angegebenen Konzentration eures Orchideendüngers. Mastewalien sind eben sehr, sehr salzempfindlich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Erfolg beim Umtopfen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, und du kommst jetzt auf den Balkon. Vorher stolper ich noch über meine Sachen.